Musik Also das Besondere ist der Austausch unter Profis, wo jeder von jedem lernen kann. Es ist einfach schön, alle Menschen, die man unter Jahr ab und zu nur am Telefon oder per Mail erreicht, einmal wieder zu treffen, mit ihnen zu sprechen, ihre Themen, ihre Anliegen, ihre Erfolge und ihre Sorgen einfach zu teilen. Musik Das Jahr 2019 war sehr erfreulich. Wir konnten unseren Umsatz im Vergleich zum Rekordjahr 2018 um stolze 10,7 Prozent erhöhen bzw. steigern und nicht weniger als 11.000 Kunden beim Verkauf bzw. Kauf ihre Immobilie erfolgreich begleiten. Wir haben unsere Ziele für die nächsten fünf Jahre präsentiert und denke, dass wir unsere Kollegen hier auch mitnehmen können, die Maklerbranche und das Ansehen der Immobilienbranche an sich in den nächsten fünf Jahren weiterhin zum Positiven zu verändern. Musik 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 Musik